erschaffe jetzt mit mir dein traum leben du befindest dich jetzt in einer sehr entspannten position dein ganzer körper ist jetzt locker locker und angenehm entspannt du hörst nur meine stimme und du hörst nichts anderes als meine stimme jede faser deines wesens ist jetzt locker und entspannt du wirst nicht einschlafen du erinnerst dich an jedes wort das ich sage und du wirst dich entspannen lassen lasse jeden gedanken los der die in den sinn kommt lasse alle sorgen und bedenken los die dir durch den kopf gehen du hörst jetzt nur meine stimme nichts anderes als meine stimme deine augenlider werden sehr schwer und du hast deine augen jetzt geschlossen alle anspannung verlässt jetzt deinen körper dein kiefer ist völlig entspannt und jede spannung verlässt auch deinen bauch all deine bauchmuskeln haben sich jetzt entspannt bist völlig locker locker und angenehm entspannt du atmest tief durch die nase ein und füllst buchstäblich deine lunge während die luft aus deinen lungen wieder herauskommt atmest du durch den mund aus und lässt alle spannung aus deinem körper atme tief durch die nase ein und entspanne dich noch ein tiefer atemzug durch die nase so dass sich deine lungen ganz fühlen dein körper entspannt sich mehr und mehr und du bist dir bewusst dass du nicht in einem körper bist du lebst nur in einem körper du bist kein körper du lebst in einem körper und lässt diesen körper jetzt entspannen du lässt zu dass all die anspannung deinen körper verlässt und du hörst nur meine stimme du hörst nichts als meine stimme du wirst nicht einschlafen und du wirst dich an alles erinnern was ich sage und dein körper entspannt sich mehr und mehr und vor deinem inneren auge siehst du jetzt ein wunderschönes weißes licht das durch die schädeldecke deines kopfes einströmt und dieses schöne weiße licht durchdringt und erfüllt jede zelle deines körpers es ist eine entspannte gesunde energie und dieses schöne ruhige entspannte gefühl hat jetzt jede faser deines kopfes erfasst es wandert jetzt auch in deine ohren in deine augen in deine nase diese schöne ruhige entspannte gefühl wandert weiter in deinen kiefer und strömt in deinen hals in deinen nacken und deinen rücken hinab dieser schöne ruhige entspannte gefühl wandert jetzt auch vorne in deine brust und in deinem bauch und in deine hüfte und jetzt wandert dieses ruhige entspannte gefühl deine beine hinab bis in deine füße bis in deine zehenspitzen und du fühlst dich jetzt vollkommen wohl und angenehm entspannt völlig locker und völlig entspannt mit deinem inneren auge siehst du dich jetzt in einem fahrstuhl du bist gerade im zehnten stock und jedes mal wenn wir eine etage tiefer gehen sinkt dein körper immer tiefer und tiefer in den entspannten zustand höre nur meine stimme völlig locker und völlig entspannt du wirst dich an alles erinnern was ich sage und du wirst nicht einschlafen du wirst nur zurückfallen jedes mal wenn wir eine etage tiefer gehen sinkt dein körper tiefer und tiefer in einen entspannten zustand du gehst jetzt von zehn auf neun hinunter auf acht sieben sechs fünf vier du sinkst tiefer und tiefer in einen entspannten zustand runter auf drei zwei eins dein ganzer körper ist jetzt völlig entspannt völlig locker locker und angenehm entspannt die fahrstuhltür ist offen und du betrittst ganz langsam eine wunderschöne helle eingangshalle und dort ist eine schöne weiße tür mit einem glänzend goldenen türknauf und du fühlst dich völlig wohl und entspannt du öffnest leise die tür und gehst hinein die tür schließt sich leise hinter dir und du befindest dich jetzt in deinem raum deiner wunschbilder dies ist ein wunderschöner raum der schönste raum in dem du je gewesen bist das gefühl da drin ist absolut großartig du warst noch nie in so einer schönen szenerie du bist völlig entspannt und freust dich über diesen wunderschönen raum wo all deine wunschbilder auf dich gewartet haben jetzt sieh dir sie dich um sie dir an was für wünsche hier in deinem inneren schlummern sieh dich selbst in den schönsten szenen die du dir nur denken kannst und genieße das wunderbare gefühl die befriedigung wenn du deine wünsche lebst es ist das großartigste gefühl das du je erlebt hast es fließt durch jede faser deines wesens und jeder teil von dir ist in perfekter harmonie und ordnung deine wahre natur ist es völlig entspannt zu sein völlig locker und angenehm entspannt du siehst dich jetzt schon im besitz des wunderbaren das du dir wünschst es ist ein wunderschönes wundervolles ruhiges aber enthusiastisches gefühl du bist dir bewusst dass du keine grenzen hast du bist frei völlig frei und du siehst dich schon im besitz deines ziel das bild von wohlstand und fülle von glück und gesundheit füllt dein bewusstsein du bist völlig entspannt völlig locker und angenehm entspannt diese bilder deines zieles werden immer deutlicher auf dem bildschirm deines geistes in jedem detail hörst du nur meine stimme und das bild deines ziel wird immer klarer und deutlicher du entwickelst ein ungeheures verlangen dieses schöne bild schriftlich zu beschreiben du fühlst wie du dein ziel bereits erreicht hast wie du es bereits besitzt sei dir des gefühls der zufriedenheit und befriedigung bewusst dass dich jetzt durchströmt werde dir bewusst wie gut du dich fühlst dieses wunderbare gefühl der vollendung und wenn du das fühlst dann siehst du dich selbst wie du dein neu gewonnenes glück mit einem geliebten menschen teilst beobachte wie sehr er sich für dich freut und wie stolz du bist das bild ist so klar und jetzt fühlst du auch dieses verlangen jedes detail schriftlich festzuhalten von deinem bild das bild des ziels das du bereits erreicht hast und du spürst auch den wunsch diese übung häufiger zu praktizieren ja du hast richtig gern ein verlangen wieder in dieses gefühl der vollendung und der freude zu gelangen denn alle unangenehmen gefühle jegliche schwere oder spannungen haben deinen körper längst verlassen dein ganzes wesen ist von einem gefühl der liebe und freude erfüllt du bist nichts anderes als ein gefühl der liebe für alle und alles sei dir bewusst dass du diese glücksschwingung erschaffen hast und sie in dir selbst ist du hast jede faser deines wesens einfließen lassen du bist völlig entspannt du hast den großen wunsch immer wieder in diesen raum der bilder zurückzukehren und du bist dir bewusst dass du jederzeit und überall zurückkehren kannst hier in diesem raum wo du dich bereits im besitz des wunderbaren siehst das du dir wünschst präge dir das bild noch einmal ganz deutlich ein und jetzt verspürst du den wunsch eine schriftliche beschreibung dieses wunderbaren ziels zu machen mit jedem aspekt der die jetzt bewusst geworden ist und gleich wirst du wieder im aufzug sein im fahrstuhl jedes mal wenn du eine etage höher fährst wird neue positive energie durch deinen scheitel fließen sie wird jede faser deines wesens erfüllen und du wirst dich erneuert und gestärkt fühlen jedes stockwerk dass du hoch fährst erfüllt dein wesen mit mehr kraft und begeisterung wenn du die zehnte etage erreichst wird ein wunderschönes lächeln auf deinem gesicht erscheinen wenn du dir deine augen öffnest wirst du das unbändige verlangen haben eine schriftliche beschreibung deines traumbildes zu machen und du verlässt jetzt den raum der bilder und du weißt dass du wieder in diesen raum zurückkehren wirst doch jetzt bist du wieder im aufzug und jedes mal wenn wir eine etage höher fahren fließt neue energie in jede faser deines wesens wenn wir die zehnte etage erreichen wirst du dich wunderbar ausgeruht fühlen erfrischt und gestärkt ein wunderschönes lächeln wirst du auf dem gesicht haben mit neuer kraft und neuem enthusiasmus erfüllt sein 1 2 neue energie strömt in jede faser deines wesens lass eine 3 fallen denn neue energie fließt in jeden aspekt deines bewusstseins dein geist und dein körper fühlen sich erneuert und du bist bei 5 6 immer mehr energie strömt jetzt in deinen körper und wenn du die 10. etage erreicht hast hast du ein wunderschönes lächeln auf dem gesicht und wenn du deine augen öffnest wirst du das unbändige verlangen verspüren jeden aspekt eines ziels schriftlich zu beschreiben 7 jede faser deines wesens ist gestärkt und du bist voll lebendiger lebensenergie 8 und du hast den unbändigen wunsch jeden aspekt deines ziels schriftlich zu beschreiben und du wirst in der gegenwart form schreiben ich bin jetzt so glücklich dass ich es geschafft habe 9 und 10 und nun steigst du aus dem aufzug aus du öffnest deine augen und bist wieder völlig im hier und jetzt und du fühlst dich erfrischt und ausgeruht voller lebenskraft jede zelle deines körpers fühlt sich gestärkt und erfrischt ganz schön gut ich in die